und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Kubus und dem Schnittchen was wieder oben am Dach steht hallo ja so dann komm mal runter ich werde mir allergrößte Mühe geben sag mal wo stehe ich jetzt warte richtig oder falsch so jetzt kommt du hier kannst du runter kraxeln siehst du das? ne ich müsste vielleicht die eine Stufe hier wegnehmen und falsche Seite so es wird dunkel es wird dunkel eigentlich gut ja wir haben die Monstars an mir lassen genau wir haben jetzt mal die ja weil der Kubus der Verrückte gesagt hat und das ist cool mehr Action genau da machen wir ein bisschen Party und die Schnitte die hat geschrien so hier hast du das Schwert ja danke dann hast du hier zwei Äpfel ah danke und dann gehe ich jetzt eben vorne zum Ofen ja und hau uns mal eben das Fleisch rein du dir fehlt noch ein Schild ja ja ich habe keine mehr ich wollte das nur sagen eins noch zack so ich mache uns jetzt mal eben Steak das ist eine geile Idee so lecker Steak mit Kräutermutter das habe ich nichts gegen warte mal wir müssen jetzt ich habe noch ein paar Stufen und ähm hast du die Öfen geleert ja ich bin gerade dabei mach mal so jetzt habe ich boah das hat nur 32 Stück gegeben das ist nicht so gut ne? ne nicht so wirklich wir müssen neu bestücken ja bin ich gerade dabei aber du hast ja bitte ich bestückt hier wir brauchen Kohle ich habe Kohle ja dann tun wir in den mittleren Ofen noch ein bisschen da sind nur noch 6 Kohle drin so habe ich so dann mache ich noch ein paar Treppen hier ne? Ich habe Paranoia Wieso? Ich höre überall irgendwas Haha ja lache ruhig Die Zombies in der letzten Folge die waren ja schon ne? Die waren fies ne? ja ja aber bis jetzt ist noch nicht zu sehen ja cool guck mal dreht sich mal schnell um durch unser Kreuz da bei der Kirche sieht man wie der Mond aufgeht ach ne schade bei du nicht bei mir sieht man das nicht nicht so schlimm das einzige wo wir hier drauf aufpassen müssen heute ja dies auf die kribos ja die können mich mal am asche verlegen ja das kannst du ihnen ja dann selber sagen das mache ich so jetzt müssen wir gucken pass auf wir brauchen betten betten ja du musst mal gucken ob wir noch dings haben dingens weißt du nicht ich weiß ja nicht was du meinst dingens halt ach so pass auf hier ich hab noch was für dich holz und wolle hier die erste zwei brote noch lecker schön jetzt müssen wir mal gucken wir haben viel zu wenig material und ich muss so ein bisschen was sie ablegen ich habe eben das weg was ich nicht brauche ich habe 41 ja ich habe einen 63 41 warte ich habe noch was zu futtern für dich und das war ja nett von lecker und wo ist jetzt die kräuter butter die habe ich leider nicht mehr kommen hier nicht weglaufen cool sollten wir mal mit dem dach anfangen was war mit den betten ach ja wir müssen betten wir wir müssen links haben wolle ich gehe mal oben im lager gucken ja ich gucke mal hier und ich habe ja 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 so da war nur holz hast du kein holz ich habe akazienholz ja dann kommen wir ja pass auf hier 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 ist die wolle kannst du betten machen es ist auffällig ruhig bis hier ja bis jetzt wo bisher auch da wo was durch na ist ja egal ja aber das heißt nichts wenn es ruhig ist nie ich weiß ein bettchen zwei bettchen reicht ja ne ja es reicht 1 für den kubus und 1 für die schnitteln pack sie ja am besten ins haus ins erste wolltest du ein doppelbett haben ja klar immer ein doppelbettchen so ich komme direkt mit da können wir eine runde pufen ja das ist eine gute idee ist noch nichts da das sollten wir vielleicht wo sind meine betten sollten wir ausnutzen kommen wir gehen nach oben nach oben oben ja oben oben ist nämlich platz ich halte mal ausschauen ob ihr was kommt außer am schaf ist hier nichts in der stadt das ist sehr gut das finde ich sehr sympathisch keine zombies gar nichts so ein scheiß so dann kommen lasst uns machen jetzt habe ich mich extra befasselt okay aufstehen schon mal warm war schön dass das kuschelig wieder so fertig so dann wollen wir mal frisch an die arbeit gehen war das läuft nur trost du jetzt mal die trappe darunter scharf okay dann gehe ich jetzt auf die andere seite im hellen kommt doch nichts oder gebratenes schweinefleisch was im hellen kommt gebratenes schweinefleisch ja ich packe uns gerade was zu essen ein so jetzt haben wir ein hähnchen gleich ein halber hahn ein gebratenes hähnchen so dann wollen wir mal ich gehe hier auf der anderen seite wo bist du ich bin drin ach so ich baue mich von außen hoch macht das ich bin mir jetzt gerade hier mit der erde eins rechts schon wieder und dumm 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 wie hast du das gemacht dass das überstehend gemacht oder nicht ich weiß das gar nicht ja ich gehe gucken ich bin ja schon unterwegs hier ist überall erde so guckst du hast doch ein ja aber ich weiß gar nicht was das vorne dran gesetzte wie weit hast du das gemacht lassen wir mal gucken ja nicht weil ja gerade leuern nur dafür gehe ich hier auf diese erhöhung dann sich das besser du hast einen überstehen gemacht also unten in die ecke hier unten ich hasse es ja genau das problem hatte ich auch richtig jetzt dann sind ich mich wieder so jetzt habe ich aber es dann schon so dann gehe ich mal wieder rein ich versuche es du versuchst es wir hätten die betten eigentlich auch so lange in die kirche stellen können dann brauchen wir nicht immer nur näherin oder wir müssen ja nicht jede nacht schlafen gehen wir können ja auch mal eine runde fetzen wieder hat ja auch beim letzten mal nicht die spaß gemacht den zombies mal so ein bisschen die murmel breit kloppen in die moppe kloppen genau so ich mache jetzt mein gerüst hier fertig wie hast du das hier hinten gemacht da bist du noch gar nicht okay so ein bisschen so okay ich mache jetzt erstmal hier oben drauf ist das ein scheiß ding heute ich könnte ja kotzen nie bitte nicht weil das gibt es unter garantie sauer war ja was für eine sauer radio liegt mir nicht obwohl die scheiß egal ich fuhre verlufe gleich auch ja wir müssen mal gucken wie wir das denn hier am besten machen also dächer sind irgendwie nicht so meins generell in der höhe bauen kann sich noch daran erinnern wo ich ja klötz schnitt gestorben bin ja ich bin gestorben ja das ist das überlebt ja zum glück das müsste ich das ja alles hier alleine bauen also was ich außer türen noch hasse sind stufen wenn sie nicht so wollen wie wo bist du ach da hinten also ich habe schon zwei reihen fertig ne schön könntest du mal bitte damit aufhören so furchtbar anzugehen ich weiß wo das problem ist ich bin aber auch beruf so jetzt ist die frage wie machen wir hier hinten das dach hier in der ecke dadurch diesen knicki knacki ja ich hatte überlegt auch so so ne halt so jetzt setze ich hier einen block erde hin ich finde ich voll gut was du machst ich guck mal von hier oben runter wo das scheiße hoch jetzt habe ich auch noch so ein ding hier so sind wir nicht hier oben ansetzen dafür müsste ich aber da irgendwie mal erde erst mal dran klatschen doch aber ich habe zu wenig steine das kriege ich nie hier das ist verdammt viel ja das ist richtig 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 ordentlich also ich würde sagen wir machen jetzt erstmal hier auf dem auf dem geraden stück bis das dach fertig ja und die ecke machen wir dann noch zum schluss würde ich mal einfach so sagen ist voll besoffen mein stief ist heute voll besoffen was bist du so wie wo ich habe er hat sich wieder irgendwas reingezogen so wer weiß wer weiß so zweite reihe fertig jetzt ist die frage wie hoch sollen wir überhaupt hier gehen ich würde jetzt nicht so wahnsinnig hoch gehen noch einen da sind wir schon zu hoch ja wenn das hier das abschlussdach sein soll dann wir auf der richtigen höhe dann schiele ich irgendwie oder bei mir ist es schon zu hoch dann eigentlich warte mal ich bin ja du bist ein zu hoch naja ich bin ja schon am b seitigen ich habe eine voll geile idee jetzt kommt ja jetzt kommt es pass auf wir machen das jetzt hier zu oben glas mit glas mit glas wir machen ein glasdach hier drunter zum flachdach schwuppdiwupp da muss ich mal gucken ob wir noch genug sand haben obwohl wir könnten ja eigentlich noch hier eine reihe drauf setzen oder nicht so wie das eben hattest was gehört ja noch einen hoch setzen obwohl ich habe weil dann passt das ja hier mit dem dach da nicht da 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 ja können wir auch noch einen draufsetzen immer muss überall ein raussetzen ich gehe mal gucken ob wir dann auch glas haben wo ich wusste ihm was essen ansonsten muss ich glaube ich mich noch mal um sand kümmern tun ja wir haben noch ein bisschen glas aber das wird glaube ich nicht reichen da gibt es kein glas und da ja ein zwei drei vier vierundsechziger und ein 19 echt so viel ja ich muss mir mal eben unser von der kirche in der truhe okay ich muss wir eben hier gucken wie das aussieht ich wollte sagen warum läufst du weg ja man sieht so viel ich habe ja das reicht von der höhe und jetzt machen wir ein glasdach drauf was meinst du das cool aussieht machen wir das so so wo hast du das glas schätze kann ein ausgang hier die truhe links ja cool so ich nehme mir mal zwei vierundsechziger mit gut dann werde ich mal mich um die ecken glaube ich bemühen okay dann mache ich schon mal glas oben rein warte dann reichen aber dann nehme ich mehr mit ich nehme alles mit alles mit alles was ich kriegen kann du da so gucken dass hier hoch kommen es wird schon wieder dunkel glaube ich hatte nie nie will ich vielleicht aber nicht dunkel das darf nicht kann nicht das wird richtig cool guck mal ich bin hier oben schon drauf guck mal eben bei mir du musst hier das dach noch höher setzen muss gehen ja da musst du deine roten stein hier kannst du einen stein einsetzen normalen das passt ja nicht wenn ich da normalen einsatz hinein in den meter stein meine ich doch normalen nieder stein ja normal nieder stein so jetzt mache ich das hier ist nicht ich bin immer lustig kaltchen so ist das schön so was so bitte nicht runterfallen was runterfallen steht ich habe mich verbaut das ist nicht so schlimm doch das ist ganz schlimm schon wieder ich habe heute nicht mit dem treffen wir müssen hier noch was höher setzen hier muss noch eine seite dran warte mal das mache ich jetzt mal eben hoff ich stürze ich jetzt hier nicht ab ich habe angst wovor wovor hast du in angst runter zuvor ich habe das hier fertig guck mal die tüte 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 tull und dann gibt es gleich richtig auf die glocke du oder die zombies ich sehe sie ja ja das stimmt ich sehe sie von hier oben wo bist du unten doch nein ich bin hier hinten ich habe wieder mal ein paar probleme ja gut da ist ja das schnittel schön ob wir noch leck mich doch verdammte kacke heute hier hast du noch sand irgendwo gebunkert ich wollte nachgucken hast du gesagt also ich kann es dir jetzt gerade spontan ist dunkel die hölle bricht gleich ein wird zu mir angst machen ich habe kein glas mehr doch aber nicht mehr viel das ist ja irgendwie meine fresse geht so viel ich höre was ja ja irgendwas ist hier im anmarsch das schlimmste ist wo wir echt drauf aufpassen müssen sind die bogenschützen die skelette ja ja die sind richtig rieber dass sie uns hier nichts kaputt machen ja dann dann mördern wir sie ja das so wie sie so von hier oben hat man eigentlich eine schöne sicht wie aber hier bewegt sich nichts kein besuch heute okay ich baue weiter dach ich habe gestürzt werden ich bin nicht abstürzen ich bin immer nur kurz davor weißt du ganz kurz ja ja du kriegst du nix hier noch eine sicherung das ist eine geile idee ja ich habe manchmal manchmal nicht gut wie die die jenen muss ich später noch weg machen wow da haben wir ja jetzt erst mal so jetzt geht es los ich gehe jetzt ans eingemachte wieso ja es ist nicht mehr viel an glas da das dach hier nimmt verdammt viel in anspruch wie gesagt zur not gehe ich noch mal in die wüste aber das mache ich im hellen das machen wir im dunkeln dann können wir uns richtig fetzen du bist ein bisschen pervers veranlagt ja so ist ich glaube das hatte ich schon erwähnt ja das hast du schon öfters aber das ist nicht schlimm ich habe ja falsches werkzeug ich habe ja auch recht so aber ich brauche hier noch normale nähter steine die ich dazwischen setzen kann ja habe ich keine doch warte mal ich habe noch zwei stück dabei auf hat wenn ich das jetzt hier abbaue dann stört sich wahrscheinlich ab ich bin mal eben gucken nie das reicht mir nicht nee nee ich weiß ich bin wieder unverschämt das kennen wir ja nicht anders so die du ich wollte dich auch nicht enttäuschen dass du irgendwie dich noch umstellen legt mich doch ich verbau mich hier dauernd ich krieg die pimpanellen also ganz ehrlich hier ist total tote hose die monster sind zwar an arbeit china wir haben ja auch auf einfach stehen wenn ihr das spielt keine runde ich kann das ja jetzt hochsetzen vielleicht kommen dann ja ein paar mehr nee lass mal ich hab doch immer so eine angst so jetzt brauche ich mich hier runter bis zu einer truhe drin ich hätte sich gerade so an vielleicht habe ich auch vielleicht hast du ja besucht da unten ich komme jetzt runter die gehen auch an die truhen dran ist gut möglich so ich komme runter ich habe nämlich kein glas mehr du da und aus versehen ein loch gebotet du da du da so wollen mal gucken also hier ist irgendwie tote hose wir sind das für komische zombies wo sind die denn was du zum wies ich bin froh dass keine da sind was soll die öde ja okay da hin ich habe eingesehen wo in türkis mit blauen herrkern türkis mit blauen hin in türkis mit gelben helm das bin ja ich tut du ich weiß du dober ochse so hier haben wir noch ein crafting table stehen wo bist du ich bin hier hinten hast du mal geguckt wegen sand ja hier habe ich noch nichts gefunden ich gehe mal im lager gucken ja ich gehe mal richtung wützte hühner und ein fiat hier ist kein kein sand nur sand stein toll was sagt eigentlich die tic tac ja wir müssen glaube ich wir haben schon wieder überzogen vier mal sand das habe man ein schlechter scherz nein hier oben im lager sind noch eisenschwerter mit sechs angriffsschaden plus sechs wo sind die hier eins warte mal hier ist noch eins auch plus sechs aber die sind schon so gut wie kaputt ja leck mich doch fett hier ist ja leck mich fett hier ist nix los du ich habe mal geguckt hier ich finde hier kein einziges monster ich habe das jetzt auch stopp halt ich habe ein schild gefunden du brauchst doch noch ein schild für die kirche aber sand ist mangelware vier blöcke blödes doofes scheißpferd du musst du mich so erschrecken das schnitt ist etwas angespannt heute weil wir ja die monster anhaben ich finde das total cool ich komme hier raus und dann kommt das um die ecke da habe ich mir echt gerade in die hose gemacht ich kühl mal gerade ein paar hühner ich sollte mir das vielleicht mit den geräuschen noch ein bisschen umstellen weil ich ja sonst nicht darauf achten musste habe ich recht ja wo ist das schild da ist das schild also hier ist echt nix los du fertig die letzte bank hat auch eine armlehne oder so so ein schwein habe ich auch noch gekötet 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 ich töte jetzt mal hier ein bisschen was ich bin hier hinten wo ist denn hier hinten wird so ich habe schon mal sieben hühner getötet 8 ja die hau ich jetzt erst mal in den ofen wir brauchen irgendwas wollte ich wir brauchen ja was zu essen ja dass das ist richtig stimmt das vergesse ich ja wegen weil ohne essen geht das nicht dann werden wir sterben so aber jetzt zwei pilze da kann man auch viel zu bedroht machen oder nicht ich habe jetzt erst mal so schütteln so ich gucke ich mir eben die kirche von innen an guck mal krass cool noch ein paar kartöffelchen dann kriegen wir noch pommes dabei ja die gleich leckerchen gibt gleich leckerchen schicke mit knagget so ich glaube um die ecke die sonne geht wieder auf hinter dir super wir haben die erste nacht mit monstern überlebt weil gar kein star war ich wollte sagen welche monstern mit gut dann würde ich jetzt sagen wir haben jetzt echt über länge wir machen jetzt eine kleine pause ja damit hat schlicht sich ein wenig erholen kann winke winke stinke stinke winke und dann würde ich sagen wir sehen uns an der nächsten folge minecraft wieder wir bedanken uns ganz herzlich fürs zuschauen und sagen bis zum nächsten mal wundere 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 wund